Ja, hallo und herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des Imperiums. Mein Name ist Christorn und dies ist ein neues Let's Play rund um das Spiel Forge of Empires. Und es hat soeben begonnen, das Halloween-Event. Ihr seht es schon, den Startbildschirm. Und dazu gehe ich jetzt in meine Hauptstadt, um mit euch in den Genuss zu kommen, genau den Start des Events mehr oder minder zu erleben. Also, das Event läuft schon seit ein paar Minuten. Aber mein Start hier zu zeigen, ihr seht, das wird euch hier wahrscheinlich auch schon ereilt haben, wie das Ganze funktioniert. Wir werden uns heute ein bisschen den Spielaufbau anschauen, gucken, wie man das Ganze bewältigen kann, ein bisschen auf die Strategien eingehen am Ende, uns die Preise und die Hauptgebäude anschauen und das Ganze dann machen. Also, dieses hier ist der Spielaufbau. Und ihr seht schon, das Spiel will einem jetzt erklären, wie das Ganze funktioniert. Man hat einen Preis des Tages, was am ersten Tag immer vom letzten Jahr die Gebäude sind. Dazu verlinke ich euch von MoolingCat aus dem letzten Jahr das Video, denn man kann hier ja auch unterschiedliche Ausbauten wählen. Und er hat das immer sehr gut erklärt, wie man hier vielleicht noch aus diesen Horrorhaus-Zirkus-Teilen mehr herausholen kann. Es gibt hier einen Preis, das ist so der Anfang, einen Preis des Tages. Das ist wieder mal der Forge-Brunnen, den ich schon in einem meiner letzten Geschwätze diskutiert habe, den ich nicht so gut finde. Dann gibt es einen gruseligen Turm, der auch ein Aktivgebäude ist und plus 50% Angriff gibt. Also, dahingehend nicht schlecht für ein 1x1-Gebäude. Einen Tag lang plus 50% ist vielleicht gar nicht so schlecht. Der kommt hier auch ein paar Mal mehr vor. Also, den bekommt man da. Also, wenn man hier oben spielt, da müsstet ihr natürlich Geld ausgeben. Und, also, interessanterweise diesmal nicht via Diamanten anscheinend, sondern direkt über die Geldausgabe. Ja, also, man kommt nicht über Diamanten ran. Also, wer jetzt gehofft hat, so, jo, ich hole mir das mal mit, mit Diamanten, anscheinend nicht damit, sondern über Geld, was ein bisschen nachteilig ist, werde ich mir also nicht holen. Ich werde keine 17 Euro ausgeben. Und hier unten gibt es dann diese Preisgeschichte. Das schafft man, wenn man kleine Glühbirnen einsammelt, immer 20 Stück. Dann kommt man hier also immer weiter und kann sich dann das Eventgebäude aus diesem Event, die Tarotkarten Karawane, besorgen. Die werden wir uns auch gleich noch anschauen. Ja, ansonsten, Tagespreise können gewechselt werden. Wir werden uns die anschauen. Hier oben kann man Tickets kaufen. Mit diesen Tickets kann man dann wiederum Spielmaterialien erwerben. Entweder für 195 so ein Paket oder für 395 dieses Paket oder einzelne Teile für 10, 35 oder 50. Und hier hat man noch diese Glaskugel, die was macht? Werden wir uns gleich anschauen. Was macht denn die Glaskugel? Hier zeigt alle versteckten Belohnungen an in den dunklen Nebelfeldern. Die ist neu. Die werden wir uns also anschauen. Und dann gibt es hier noch Aufkleber. Mit diesen kann man dann, wenn man entweder einen Tagesaufkleber findet, dann den Kalender spielen. Oder wenn man an dem Tag noch weitere findet, kriegt man dann Einzelteile bei fünf Stück, kann man einen vergangenen Tag öffnen, den man eben noch nicht geöffnet hat, wenn man mal einen Tag ausgelassen hat. Ich muss sagen, ich bin kein Fan des Kalenders, aber es lohnt für manch einen, der sagt, okay, es lohnt sich. Wir werden uns dann auch noch schauen, wie man den Kalender trotzdem nutzen kann. Dann gibt es Spielsachen, die man zwischendrin einsammelt. Hier oben, das sind also solche gruseligen Bären. Dann kommt Puppen und dann zuletzt der Affe. Wobei man eben dazu sagen muss, dass hier oben diese vier sind die gewöhnlichen. Dann gibt es hier dreimal so ungewöhnliche. Wobei das hier eher die ungewöhnlichen. Dann sind das hier die, ist die eine Puppe. Trixibel ist die seltene. Und man kann sagen, wir haben es immer den goldenen Schnatz genannt, der letzte, der doch sehr selten zu finden ist. Also ihr werdet die hier eher häufiger finden, die ein bisschen weniger häufig, die vielleicht relativ weniger häufig und den ganz selten. Wenn ihr alle einmal geschafft habt, alle Puppen, dann bekommt ihr die Sammlerbelohnung. Das ist ein Bild und dann noch einzelnes zusätzliches Material. Also auch das lohnt sich. Und vielleicht, um das Ganze zu zeigen, ich nutze die jetzt mal. Ja, ja, ich soll sie ja anscheinend nutzen. Juhu. Jetzt seht ihr hier schon den Aufbau. Und also hier wird uns jetzt alles eben angezeigt, wie es schon das gerade gesagt hat. Dann können wir die Kerze nutzen. Und bekommen das gleich wieder. Und die Kerze macht immer sozusagen ein Nebelding frei. So ist sozusagen das Spiel. Dann habt ihr hier Kürbisse. In den Kürbissen gibt es verschiedene Preise des Tagespreises. Ich werde den jetzt noch nicht gleich öffnen. Verschiedene Preise des Tagespreises. Also zu verschiedenen Quoten. Also hier 10%. Hier 15%. Solche Sachen. Der ist ein bisschen irgendwas zwischendrin. Den werden wir uns dann gleich einschauen. Ich werde ihn aber jetzt noch nicht gleich öffnen. Und dann seht ihr hier die verschiedenen Lämpchen. Also diese verschiedenen Lämpchen, die dann eben das Ganze beföhnt. Die müsst ihr auch einsammeln. Und ihr seht, ihr bekommt auch andere Materialien. An Materialien, wie gesagt, die Kerze macht immer ein einzelnes. Oder ihr nutzt dieses Ding. Das Dynamit, das sprengt ringsherum alles frei. Also um das leere Ding. Man muss immer dazu sagen, ja, das könnt ihr also jetzt hier nicht verwenden. Sondern ihr müsst immer auf ein freies Feld gehen. Also die Kerze ist sozusagen das, was kein freies Feld braucht. Das Ding braucht ein freies Feld, um ringsherum benutzt zu werden. Und die Lampe macht mehr oder weniger ringsherum. Wobei, wenn man hier die Lampe nutzt, ihr seht es schon. Sowohl die Lampe als auch die Laterne haben immer ein Problem. Wenn hier solche Kisten sind, also die blockieren das Ganze. Wenn ihr also das Ding hier einsetzen würdet, würden die beiden nicht funktionieren. Oder ihr seht schon, hier funktioniert es jetzt eben gar nicht. Oder eben auch hier seht ihr die beiden Kisten. Die kann man damit nicht wegsprengen. Und dann, ja, wir haben jetzt hier noch keinen Bären. Aber auch einen Bären kann man sich einsammeln. Und hier seht ihr schon, das ist sozusagen der Sticker, den man für die Aufkleber, wo man seinen ersten Aufkleber eben bekommen kann, so man diesen Aufkleber haben möchte. Das ist im Grunde genommen das Spielprinzip. Und Tickets bekommt ihr auch. Also unter anderem, wenn ihr die Hauptquest-Line erfüllt, da gibt es insgesamt, was waren es, 30 Rush-Quests oder eilige Quests, die ihr alle erfüllen könnt. Und dann die letzten 21 Quests. Also die werden danach freigeschaltet. Solltet ihr jetzt aber keine Schwierigkeiten haben. Also die werden sozusagen nach und nach freigeschaltet. Sobald hier also steht, warte bis dann und dann, dann seid ihr sozusagen am Ende des Tages. Wenn ihr die ersten 30 erst am fünften Tag freigeschaltet, also löst, ist das jetzt auch kein Problem. Oder am zehnten Tag. Hier wird von den anderen 21, wird eben nur täglich eine weitere freigeschaltet, so, dass die letzte dann hier hinten am Ende stehen bleibt. Wenn ihr 15 Quests erfüllt habt, bekommt ihr nochmal 333 Tickets. Und hier nochmal bei Quest Nummer 40 666 Tickets. Und dann könnt ihr die eben auch nutzen. Und ihr seht schon hier, da bekommt ihr bei der Stufe 5, also beim fünften, bekommt ihr das Hauptgebäude einmal. Und dann könnt ihr noch, wenn ihr alle Quests erfüllt habt, noch 2 Upgrade-Kits für das Hauptgebäude eben bekommen. Ja, das ist vielleicht erst einmal grob der Spielaufbau. Man kann, wie gesagt, hier auch den Preis des Tages ändern, wenn man jetzt keine Lust hat. Das wollte ich dann nämlich gleich noch machen, weil ich dieses Gebäude eben nicht gut finde. Wir können uns hier aber auch erst einmal ein bisschen durchspielen. Also, wenn man ein bisschen plant, das zeige ich euch auch gleich noch, dann kann man das eigentlich sehr gut nutzen. 24 Fortschpunkte ausgeben, 720.000 Vorräte sammeln. Dazu nutze ich mal ganz schnell. Das Ding, dann haben wir die Vorräte schon. So, und normalerweise würde ich jetzt die 24 Fortschpunkte so, also so mache ich das immer, kann man sich ab einem gewissen Zeitpunkt, kann man die 24 Fortschpunkte entweder in der Forschung investieren. Das ist immer ganz gut, also achtet drauf, was da steht. Hier muss man sie nur ausgeben oder aber in legendären Gebäuden. Normalerweise würde ich sie jetzt hier in ein legendäres Gebäude eines anderen Spielers stecken. Nee, Arc de Changerie war verklickt. Ich baue gerade an der Arche. So, 20, 1, 2, 3, 4. Na, war zu langsam. Ja, der Computer ist leider doch ein bisschen via gekommen. Und dann haben wir auch den Teil bewältigt. Also ihr könnt auch Förderketten oder sonst solche Sachen nutzen, sehr kleine Armee besiegen oder einfache Verhandlungen lösen. Sollte kein Problem sein. Ja, die ist natürlich zeitalterabhängig. Ich habe ein Video gemacht, bei dem könnt ihr, bei dem erkläre ich so ein bisschen, wie man die Quests lösen kann, also sehr zügig lösen kann. Und für Spieler des letzten Zeitalters ist es so, dass sie manche Sachen eben recht gut sind, ein kulturelles Gebäude errichten. Ja, das wird jetzt gleich ein bisschen eklig. Weil ich da meine, mein Umbau so mehr oder weniger hier fahren muss. Also ich habe das jetzt, ich habe hier das so gemacht für mich, dass ich während des Events diesen Teil als Umbauteil nutzen kann. Also, so, ein kulturelles Gebäude errichten. Na, zack, haben wir das. Und was brauchten wir noch? Fünf Forge-Punkte kaufen. Na gut, kriegen wir auch noch hin. Eins, ach, na egal, ich hätte jetzt gleich auf die fünften Brücken können. Vier, fünf. So, sollte geschafft sein. Ja, geht hier ein bisschen langsam. Wie gesagt, mein Aufnahmegerät ist ein bisschen im Jahr gekommen. Zwölfmal eine Stunden Produktion. Die habe ich nämlich hier schon angeschworfen extra. Deshalb blinkert das bei mir auch immer alles. Und dort noch. Aber heute wäre ganz besonders nicht... Okay, das sollten die zwölf sein. Und Münzen sammeln kann man. Indem man das Ding verkauft. Und ich baue es gleich einfach noch ein zweites Mal hin. Wer ein bisschen sparen will, kann hier Produktionsstätten bauen. Also dauert dann ein bisschen länger. Aber man spart sich bei den Produktionsstätten. Dauert halt nur ein bisschen länger. Deshalb mache ich das meist aus Faulheitsgründen. Durch die Kulturgebäude, die nämlich immer relativ teuer sind. Und das Ganze relativ schnell hinbiegen. So. Und Tarotkartenkarawane. Stufe 1 haben wir bekommen. Vier Einheiten rekrutieren. Das kann man sehr gut lösen, indem man entweder... Habt ihr das Glück, noch die Kisten einzusammeln. Also wenn ihr jetzt die noch nicht eingesammelt habt. Diese Kisten hier. Da gibt es manchmal Einheiten. Oder aber ihr habt sowieso irgendwelche Produktionsgeschichten. Oder aber ihr löst das Ganze über die Gildengefechte. Dort bekommt man ja auch hin und wieder Einheiten dazu. Hier bleibe ich mal einfach stehen. Und ich denke mal, vom Punktedings her reicht das. Denn... Ne. Hier kann ich mir jetzt das erste Set eben kaufen. Und dann haben wir hier auch ein paar Mittel, die wir eben nutzen können. Und darum ging es mir, euch eben dieses erste Set zu zeigen. Okay. Wenn ihr wissen wollt... Das verlinke ich euch auch. Wenn ihr wissen wollt, welche Austauschpreise es gibt. Und welche sonstigen Preise. Dann lohnt sich das englische Wiki. Hier im englischen Wiki... Hier im englischen Wiki kann man sich ganz unten die Preise anschauen. Hier sind auch immer die Kürbisse aufgezeigt. Man muss aber dazu sagen, wirklich bei den Kürbissen nehmen oder nicht nehmen. Also ich finde das mit den Kürbissen ist nicht so, dass man jetzt sagt, oh, wenn der Kürbis kommt, dann nehme ich es. Ansonsten lasse ich es bei den Kürbissen. Dann ist es im Grunde genommen einfach einsammeln, was man haben will. Also das, worauf man dann eben Lust hat. Also hier kann man sich einen Eindruck gewinnen der Preise. Also aus dem Beta kann man hier sich ein bisschen schauen, was gibt es an Preisen, die es geben wird. Und klassischen Halloween-Preise gibt es dort. Und ansonsten, dann gibt es hier noch diese 20 Fragmente dieses Turms, wenn man so will. Und hier unten gibt es noch die Alternativen, die aber sich eigentlich so ein bisschen ähnlich zeigen. Also auch hier bei den Alternativen. Wir kommen noch drauf, welche Hauptpreise ich ganz gut finde. Ich finde, was ich interessant finde, ist, dass die Stage of Ages mittlerweile doch, also die Bühne der Zeitalter, doch mittlerweile ein reguläres Gebäude ist, das sich in vielen Events halt wiederfindet. Was ich ganz gut finde, gerade für Anfänger, da bekommt man seine Stadt sehr schnell, sehr gut mit einem guten Gebäude voll. Also wenn ihr Anfänger seid, würde ich euch immer raten, geht auf dieses Gebäude. Ihr bekommt Kampfkraft, ihr bekommt Forzpunkte. Ein paar Güter des letzten Zeitalters, also die finde ich eben immer ganz gut. Und ansonsten wird es sich wahrscheinlich auf zwei Gebäude mehr oder weniger festlegen. Wenn man auf Qualität steht, einmal das Horrorhaus und einmal die, genau, hier das Abaddon Asylum, also die verlassene Anstalt. Die verlassene Anstalt. Questmäßig gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Das sind alles ganz reguläre Quests. Also da gibt es kein, habe ich nichts gesehen jetzt, was questmäßig irgendwie überraschend sei. Werft die Produktionen, also man schaut vielleicht nach, welche Produktionen man beenden muss. Also jetzt die erste Produktion, die wir eben hatten, war eine 1-Stunden-Produktion. Die nächste Produktion wird eine 8-Stunden-Produktion sein. Die kann ich also schon mal anwerfen. Und dann müsste das Ganze eben durchproduzieren und darauf warten. Okay, das vielleicht dazu. Ansonsten ist ja für euch vielleicht spannend, noch dieses Hauptgebäude, also die Tarot-Karten-Karawane. Lohnt es sich, die Tarot-Karten-Karawane zu bekommen, aufzustellen? Und ich muss sagen, na ja, sie ist okay. Okay, also sie ist nicht besonders gut, also sie ist okay. Wichtig ist, sie hat 10 Forge-Punkte. Ja, ihr bekommt, wenn sie motiviert ist, noch so ein Fragment hier von, für diesen Dings, das ist aber egal. Ihr bekommt Einwohner dazu, abhängig vom Zeitalter. Und ein Minus an Zufriedenheit, auch abhängig vom Zeitalter. Münzen natürlich dann vom vorhergehenden Zeitalter. Und 22% Angriffskraft. Ja, es ist okay. Ich sag mal so, sie ist meines Erachtens auf der letzten Stufe. Wenn man jetzt mal, also bis zu 22%, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, Stufe 12, ja, wir haben jetzt hier, wenn ich jetzt sehe, ja, bei der verlassenen Anstalt, die braucht nur 9 Kits, hat 24% Angriffskraft, 20 Güter des aktuellen Zeitalters, 11 Forge-Punkte. Ja, also ihr bekommt sozusagen einen Forge-Punkt und 2% Angriffskraft mehr und ein bisschen mehr Güter, wenn man so faktisch will, für 25 Felder, also für 5 Felder mehr, einen Forge-Punkt und 2% Angriffskraft, dann ist die verlassene Anstalt leicht schlechter in Summe. Aber die verlassene Anstalt, ja, man kriegt sie ja auch hin und wieder mal in Antiquitätenhändlerteile. Also, ja, man kann sie sich hier zusammen sammeln als Tagespreis. Also das Gebäude ist leicht besser als die verlassene Anstalt, aber definitiv auch schlechter als jetzt das Haus des Wolfes, mit 15% Angriffskraft und 15% Verteidigung und 4 Forge-Punkten. Ich lasse mir jetzt die Güter ein bisschen beiseite. Ist meines Erachtens nach das Haus des Wolfes das bessere Gebäude? Also es gehört für mich immer noch zu den Top 3 Gebäuden, also den Top 3 Gebäuden, die man sich hinstellen kann. Hat vielleicht ein bisschen weniger Forge-Punkte und ich wurde auch mal gefragt, welches Gebäude besser wäre, verlassene Anstalt oder Haus des Wolfes und auf welches man gehen sollte, wenn man jetzt eben nicht Anfänger ist und die Anfänger-Sachen oder Sachen mitnimmt, die man als Anfänger braucht. Also wenn ihr zum Beispiel noch was weiß ich, Agentenverstecke braucht oder so solche Sachen oder eben Schildwarten, dann ist es natürlich die Frage, oder ihr wollt eure Stadt eben sehr schnell sehr gut voll bekommen, dann empfehle ich ja immer die Bühne der Zeitalter, wirklich das beste Gebäude, dass man sich mit sehr schnellem Fortschritt eben hinstellen kann, weil man kriegt einen Preis, kann sich es aufstellen, fertig ist. Beim Haus des Wolfes muss man eben ein wenig sparen. Das hat nämlich mehrere Teile, hat aber am Ende eben Angriffskraft, Verteidigungskraft und vier Fortschpunkte und ich bin der Meinung, doch wirklich eines, das ist eines der besten, also das gehört für mich zu den Top-3-Gebäuden, auch ein bisschen besser als die Verlassene Anstalt. Wenn man das jetzt hochrechnet, auf 24 Felder, das Haus des Wolfes, ist es ungefähr vergleichbar mit der Verlassene Anstalt, hat 30% Angriffskraft, 30% Verteidigung und acht Fortschpunkte, also drei Fortschpunkte weniger auf ungefähr gleicher Fläche, aber massiv mehr Angriffskraft und massiv mehr Verteidigungskraft, weshalb das Haus des Wolfes eben für diejenigen, die auf Angriffskraft und Verteidigungskraft stehen, dass die bessere Wahl ist. Bei der Verlassene Anstalt, die ist trotzdem nicht schlecht für Leute, die zum Beispiel mit der Blauen Galaxie spielen, weil sie eben ihre elf Fortschpunkte bringt, also von daher ist die Verlassene Anstalt eben wieder ein guter Fortschpunktlieferant. Alle Horror-Versionen haben übrigens immer diesen Malus auf Zufriedenheit, den solltet ihr aber vielleicht an anderer Stelle irgendwie kompensieren können. Und deshalb ist dieses neue Gebäude leicht besser als die Verlassene Anstalt, wenn man so will. Leicht besser, aber nee, eigentlich plus minus null. Und dafür, dass man zwölf Teile braucht, ist es halt ein bisschen fraglich. Jetzt werdet ihr sagen, zwölf Teile, kann ich die überhaupt bekommen? Naja, drei bekommt ihr hier raus und neun Teile braucht ihr eben aus dieser Geschichte hier heraus. Und jetzt gehe ich nochmal hier hin. Neun Teile, wenn man mit dem ersten anfängt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 340 Lampen bräuchtet ihr dafür. und hier ist es jetzt halt wirklich so, es kommt ein bisschen auf eure Spielweise an. Also es kommt auch natürlich darauf an, ihr habt ja auch die Chance, noch zusätzliche Tickets zum Beispiel in den umliegenden Ereignissen zu bekommen. Also in denen nicht, aber in diesen hier, ja, könnte man theoretisch noch Tickets bekommen. Und ich muss sagen, für diejenigen von euch, die jetzt sagen, okay, also diejenigen von euch in der Spielweise, nimmt die Bären einfach immer mit. Also so ein Bär lohnt sich, weil so ein Bär, neben dem Bärenpreis, den man da bekommen kann, auf die ich jetzt auch nicht so eingehe, ja, also so wenn, ja, wenn man sozusagen die einzelnen Bären hat, da bekommt man am Ende immer irgendeinen Preis, die ganz nett sind, aber, ja, und man bekommt aber noch 20 zusätzliche Tickets im Laufe des Abschlusses eines Bären. Und deswegen, je mehr Bären ihr sammelt, desto mehr Tickets habt ihr dann am Ende auch zur Verfügung, wenn ihr die Bärenquests durchschließt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man, selbst wenn man keine Diamanten ausgibt, ja, man sehr viele Bären, und man mit sehr vielen Bären das Ganze eben noch, also die immer mit durchspielt, dann hat man eine sehr gute Chance, auch die zwölf Teile, also die neun fehlenden Teile oder die 340 Lampen dazu zu bekommen. Aber, ich muss gleich dazu sagen, hier gibt es jetzt eine Fallentscheidung. Also wenn ihr, also in dem Event heißt es jetzt sozusagen entweder oder, also entweder mehr Tagespreise oder in der Strategie mehr von den Lampen. Also ich würde euch raten, nicht auf beides zu spielen, denn dann wird bei beiden so mäßig rauskommen und es wird am Ende vielleicht doch ein bisschen eng, die ganze Geschichte zu bekommen. Ich würde euch nicht raten, auf den Kalender zu gehen, außer ihr sagt, okay, mir ist es jetzt wirklich vollkommen egal mit diesem, mir sind die Tagespreise vollkommen egal, ich will wirklich dieses Hauptgebäude haben. Also wenn euch die Tagespreise egal sind, dann würde ich, dann könnt ihr versuchen, auf den Kalender zu gehen. Da gibt es immer dieses Prinzip, man spielt an einem Tag, sammelt die Kalenderbelohnung ein, also dieses eine Ding und spielt so lange weiter, bis man ein zweites sieht. Das sammelt man nicht ein, da bleibt man dann einfach stehen, so mehr oder weniger. Und wenn ihr drei Stück, zufälligerweise, was auch schon vorkam, habt, die jetzt hier noch rumliegen, sammelt ihr nicht die Teile ein, also nicht die Puzzleteile, sondern ihr nutzt die drei für drei Tage, sozusagen, also an jedem neuen Tag gilt das dann nicht mehr als Puzzleteil, sondern ihr könnt die dann einsammeln. Also wenn ich das heute schon hätte, würde ich das Ding sozusagen freistellen und dann liegen lassen. Ja, also das vielleicht ein bisschen, da müsste ein bisschen ausschauen. Ich würde nicht auf den Kalender gehen, wenn ihr den schafft, bekommt ihr nämlich hier noch zwei Teile dazu, wird aber, glaube ich, mit dem Kalender sehr, sehr schwierig. Dann geht dann lieber wirklich über die Lampen und wenn ihr über die Lampen geht, würde das jetzt, also hier bedeuten, wir sehen ja alles, was wir haben, dass man hier oben diesen, diesen Kilbiss sozusagen ignoriert und wirklich sich an den Lampen entlanghangelt. Also ich werde jetzt mal den Hauptpreis tauschen und hoffen, dass es was Gutes gibt. Ja, es gibt sogar was Gutes und das lohnt sich dann und jetzt ist beim ersten ein bisschen doof, weil wir ja die Informationen schon haben, die wir eben nutzen sollen und jetzt kann man hier entweder so vorgehen, ja, also das Ganze so machen und die Dinger einsammeln. Ich bin hier eher Favorit, also von der Sache, juhu und nehme jetzt die Lampe mit und hier jetzt das Ticket, den Aufkleber des Tages. Jetzt kann man also sehen, man kann jetzt diesen Tagesaufkleber, selbst wenn ihr jetzt den an dem Tag nicht habt, also Vorratsproduktion abschließen, ja, dann könnt ihr den schon einsammeln und ich bin eher ein Fan davon, auf Kürbisse zu gehen. Hier oben bekommt ihr sozusagen einen Shot for free, wenn ihr so wollt und dann, ja, haben wir das. Ihr könnt hier unten die Lampe einsammeln und ich nehme mal den Kürbis noch mit. Ich spiele, habe jetzt aber eben, ihr seht, ich ignoriere jetzt sozusagen die Lampen weitestgehend, also mir ist dieses Gebäude jetzt nicht ganz so lampenmäßig wichtig und deswegen ignoriere ich jetzt die Lampen und gehe jetzt weiter und ich versuche mit jedem Teil maximale Informationen zu bekommen. Also, ja, zu schauen, ich rücke immer weiter nach vorn und versuche mit jedem Teil maximale Informationen zu bekommen. Nehme mal jetzt an, zum Beispiel die Kerze, die hat jetzt diese, ich würde die Kerze jetzt hier ansetzen, dann würde ich erfahren, was auf diesem Feld passiert. Wenn ich die Kerze hier ansetze, werde ich erfahren, was auf diesem Feld passiert. Wenn ich sie hier ansetze, erfahre ich, was auf dem Feld passiert und was mich als nächstes erwartet. Also nehme ich die Kerze und rücke damit weiter nach vorn. Jetzt ist natürlich ein bisschen blöd, dass da eine Kiste ist und hierzu nutze ich jetzt gern das Ding. Ne, ihr könnt es auch hier nutzen, natürlich. Also, wir haben ja noch genug davon. Wenn man das hier nutzt, seht ihr, werden die Sachen, ihr würdet jetzt sozusagen auch noch die, äh, die Lampe bekommen und erfahren, was in den zwei Dingern liegt. Wenn man es jetzt hier nutzt, macht man jetzt wieder einen gewissen Fortschritt. Zack. Und jetzt nutze ich hier wieder die Kerze und jetzt hier wieder dieses Teil. Und jetzt seht ihr schon, Ah, sehr gut. Also, ja, ist ja nicht schlecht. Jetzt nutze ich natürlich das Teil. Ich möchte wissen, den Kürbis haben und habe noch ein wenig Material eingesammelt. Und, ja, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte diese beiden Dinge haben, könntet ihr zum Beispiel das Teil haben. Wenn ihr sagt, der Aufkleber, wenn ihr jetzt zum Beispiel, also wirklich auf Kalender geht, dann würde ich euch jetzt raten, zum Beispiel aufzuhören. Und den Kalender, im Grunde das Ding mitzunehmen. Oder ihr sagt, nee, ich brauche Lampen, dann würde ich hier eine Kerze einsetzen, um die Lampen vollständig zu bekommen. Ja, all das ist sozusagen möglich. Dann solltet ihr aber eben Kürbisse und andere Sachen nebenher liegen lassen. Wenn ihr sagt, ich brauche beides, ja, seht ihr schon, ihr müsstet jetzt das Teil einsetzen. So kann man jetzt entweder so eine Lampenkerze einsetzen oder so eine Kerze einsetzen. Oder ihr sagt, wie ich, ihr braucht es nicht, euch sind die Tagespreise, sehr wichtig. Das heißt also, ihr spart bis zum Tag X eure ganzen Tagespreise, an dem es den Preis gibt, den ihr haben wollt. Und dann geht ihr im Grunde genommen nur auf Kürbisse. und ihr seht schon, zack, jetzt habe ich noch zwei Kürbisse und da ist es eben egal, welchen Kürbis man hat. Jetzt seht ihr, hier oben habe ich diese Lampe und das bedeutet, ich kann entweder so oder so das Ganze nutzen. Ich finde es immer besser, wenn man in der Mitte das Ganze freisprengt, dann hat man da eine bessere Übersicht und das habe ich jetzt einmal for free erhalten. Und jetzt seht ihr schon, ich kann das nutzen oder das nutzen. Ich bleibe immer so ein bisschen in der Mitte und rutsche hierbei nach vorn. Und jetzt müssen wir schon eine Fallentscheidung treffen, entweder wieder eine Lampe nutzen, um hier alles freizubekommen, um zu sehen, wie man weitermachen soll. Oder aber ihr sagt, nee, ich nutze hier die Kerze und gehe einfach weiter nach vorn. Bei der Kerze enthalte ich wieder drei Informationen oder ihr nutzt das Ding. Dann habt ihr hier auch verschiedene Informationen, die ihr nutzen könnt. Ich werde jetzt einmal mal die Kerze nutzen. Zack. und hier nutze ich jetzt zum Beispiel gern das Ding da, weil es relativ viele Informationen eben auch gibt. Und ich habe sogar das Glück gehabt, eins wieder dazu zu bekommen. Und so versuche ich, links und rechts Dinge eben zu ignorieren. Also jetzt zum Beispiel hier die Lampen. Wenn ihr sagt, nee, ich will das Hauptgebäude unbedingt haben, dann müsstet ihr jetzt versuchen, wirklich immer alle Lampen einzusammeln und die Kürbisse zu ignorieren. Das ist, ich kann es nicht oft genug sagen. Ja, so sieht das ganze Ding eben aus und ihr seht, es wird eine relativ schlechte Ausbeute sein, was Tagespreise angeht. Also die wird, wie ihr schon gesehen habt, jetzt nicht ganz so super berauschend sein. Das ist immer ein bisschen der Nachteil im Halloween-Event, dass man im Grunde genommen wirklich wenig Tagespreise bekommt oder zumindest nicht die Tagespreise, die man haben möchte. und das ist aber trotzdem ein Event, bei dem man Tagespreise, auf Tagespreise eben geben kann. Also alle seine Materialien spart, um an diesem einen Tag das Ganze eben zu benutzen. Wir können auch noch mal die Kugel nutzen, wobei, also ihr seht schon ab jetzt, wenn man vor allem so vorgeht, wie ich rogehe, kann man auch mal irgendwann diese Kugel nutzen, weil man die ja selten am Anfang hat, weil das ja hier immer um eins weiter rutscht. Nur deshalb ist es hier vielleicht besser, also ist es besser, die Kugel an der Stelle zu nutzen, wo noch sehr viele, wo noch sehr viel Nebel eben ist und dann die Kugel eben einzusetzen und zu schauen, verbirgt sich hier noch etwas, ist hier noch was drin, etwas, das ich brauchen kann. Also ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich die Kugel bis zuletzt aufhebe und dann mich, wenn ich alle anderen Materialien so gut wie verbraucht habe, dann, und ich habe nur noch ein oder zwei offen, dann zu gucken, wo kann ich jetzt auf diesem Bild hier die zwei effektiv nutzen. So werde ich wahrscheinlich die Kugel auch einsetzen. Ja, hier können wir einfordern und die Fortschpunkte mitnehmen, die 25, die hätte ich vielleicht vorhin einfach mitnehmen können, ist jetzt aber nicht so wild. Ja, so ist das Ganze. Ich verlinke euch definitiv das englische Wiki. Also, um es nochmal zu sagen, kann man das Hauptgebäude bekommen? Ja, aber dann müsst ihr eben wirklich nur auf solche Sachen gehen. Und hier seht ihr eben nochmal die Geschichten. Was wir jetzt noch nicht hatten, war jetzt leider Gottes so eine Puppe, glaube ich. Einen Bären haben wir noch nicht eingesammelt. Richtig? Nö. Die scheinen ein bisschen spärlich zu sein. Na gut, ich würde mal sagen, wir spielen noch ein bisschen durch. Ich nutze nochmal das Ding. Haben wir maximale Informationen. Und ich nehme noch nebenher zwei Lampen mit. Und ihr seht schon, ja, also, ihr werdet jetzt immer sagen, wow, du gehst hier ganz schön krass vor. Vielleicht, also ich bin immer im Weg nach vorn. Ich möchte immer die maximalen Informationen, wenn es um nach vorn gehen, angeht. Jetzt könnte man hier natürlich wieder eins in der Mitte nehmen. Ich nehme mal das Puzzleteil da mit. Warum nicht? Kann sich den ja durchaus nutzen. Wieder eine Kerze. Hier haben wir eine Kerze for free. Die können wir uns schon mal anschauen. Jetzt, ne, jetzt, ähm, könnte man wieder das Ding nutzen, um an die Dings zu kommen, also an die Lämpchen. Oder, aber ihr sagt, die Lämpchen interessieren mich nicht. Dann geht da einfach weiter. Ihr könnt auch das Ding hier nutzen. Ähm, ja, oder aber, ihr seht jetzt zum Beispiel langsam, ja, lohnt sich das Ganze. Hier nutze ich gern das Ding, auch wenn es ein bisschen verschenkt wirkt, weil man eben vorankommt und, ähm, das Ganze hier so sieht. Und jetzt könnte man zum Beispiel wirklich mal die Kugel nutzen, um zu schauen, gibt es denn hier noch interessante Sachen? Ja, gibt es? Ja, so hat sich sogar unsere Kugel noch ein bisschen gelohnt. Und dann können wir das. Wenn ihr die Sachen liegen lasst, ist das übrigens auch nicht so schlimm. Also, ihr müsst, und die kommen dann bis ans Ende. Vielleicht machen wir das mal noch ein bisschen. Hier, hier ist zum Beispiel, ne, müsste man wieder, also ich lasse die Lampen alle liegen, ich will lieber auf Tagespreise gehen, beziehungsweise ich hoffe, jetzt einfach noch einen Bären zu finden. Aber die Bären scheinen gerade richtig, äh, selten gesät zu sein. und auch sonst will mir das Spiel hier gerade ein bisschen, und ihr seht, das wird alles automatisch eingesammelt. Und jetzt kann man hier wieder schauen. Hier gibt es zwei Lampen wieder for free, aber, also, die uns jetzt nicht viel bringen. Und ich geistere mal weiter nach vorn. in der Hoffnung, noch einen Bären zu finden. Und hier seht ihr schon, hier ist jetzt zum Beispiel gut, da oben ist der Kürbis, äh, den sammle ich darüber ein. Da gibt es eine Trankkiste. Und so gehe ich mehr oder weniger die ganze Zeit nach vorn. Ah, okay. Und wie gesagt, so ein Bär, ja, bringt ja 20 Teile. Also, das heißt, wenn ihr jetzt mit einer Kerze diesen Bären euch holt, ja, zack, geheimer Steve, ist natürlich mit Aktivität verbunden, dann starten wir jetzt einmal den geheimen Steve und der wird euch jetzt hier in der Halloween-Reihe als zusätzlicher, ähm, 48 Forge-Punkte ausgeben, zusätzlich angezeigt. Und ihr habt sozusagen fünf, also der muss fünf Quests abschließen, die ersten vier geben euch immer fünf Tickets und das heißt, ihr bekommt insgesamt für den Steve 20 Tickets, äh, ja, und dann plus noch, ähm, das, was er am Ende als fünften, also als Preis mehr oder weniger gibt. also, ähm, ja, das sind irgendwie, ach, irgendwas, so Kleinigkeiten als Preise, also die sind meist auch nicht so großartig gewesen. Und 20 Tickets bedeutet im Umkehrschluss, ihr könntet euch zwei Kerzen holen, also im Grunde genommen hat uns jetzt hier der Steve, wenn wir den durchspielen, eine zusätzliche Kerze gebracht und das würde bedeuten, er hat uns hier schon eine weitere Lampe theoretisch gebracht. Also ihr seht, man kann, äh, das sollte ich eben euch auch noch zeigen, durch die vielen Bären und ich hatte das im letzten Event, hatte ich sehr, sehr viele Bären und konnte mit den Bären dann auch gut als, äh, also die ganze Sache erfüllen. Ich bin eher ein Spieler, deshalb wollte ich euch das jetzt eben hier auch in der Zeit sagen, der auf Tagespreise geht, also der sich darüber freut, wenn er einen besseren Tagespreis bekommt. Ich werde mir definitiv auf das Haus des Wolfes gehen, je nachdem, wenn ihr sagt, nee, dieses Gebäude finde ich wesentlich besser, also ich will dieses Hauptgebäude haben, ja, dann wurde euch das. Also ich bin, ja, ich bin Haus des Wolfes Fan, muss man leider Gottes wirklich so sagen, also für mich ist das Haus des Wolfes die, das Gebäude der Wahl, wenn man so will. Okay, gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, meine Einführung in die ganze Geschichte, ihr habt hier noch ein bisschen was zusätzlich gelernt, es ist vieles nur angerissen und trotzdem 37 Minuten lang, aber ich denke, ich habe alles soweit besprochen, ich werde versuchen, binnen der 21 Tagen auch noch ein bisschen zu schauen, dass ich, mal schauen, ob ich dazu komme, noch die Gebäudehaus des Wolfes und Dings analysiere vielleicht und die Verlassene Anstalt, beides für mich wirklich sehr gute Altgebäude, was ich eben nicht so schön finde, ist dieses, also das sind für mich wirklich die beiden sehr, 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 sehr guten Altgebäude und für die Neulinge, früher wäre es vielleicht der finstere Torbogen gewesen, den ich euch empfohlen hätte, heute ist es aber definitiv die, die Bühne der Zeitalter, die in meinen Augen das beste Gebäude definitiv nicht nur für Anfänger ist, sondern sie wird euch lange Zeit Freude bringen und ist sehr gut, um seine Kampfstadt aufzubauen, ein bisschen Fortschpunkte mitzunehmen, Güter, man kann ja auch immer, wenn ihr jetzt sagt, oh, naja, aber die bringt ja nur Altgüter, ja, dann tauscht er die halt im 2 zu 1 nach oben, ja, dann die Bühne der Zeitalter bringt ja, ich glaube, 15 Güter, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ja, 15 Altgüter und das heißt halt 7,5 Neugüter, wenn man so will, also, wenn ihr zwei Stück Stöhnen habt, bringen euch das 15 Güter des aktuellen Zeitalters und die Güter des alten Zeitalters kann man ja auch immer ganz gut nutzen, also ich finde, das ist gar nicht so unattraktiv, zum Beispiel für Verhandlungen auch oder sonst irgendwie solche Sachen. Na gut, das vielleicht noch, also die wäre für mich die erste Wahl, wenn ich sehr schnell als Altspieler die ganze Sache eben voll bekommen möchte. Okay, ich hoffe, ich erinnere mich dran, dass ich euch noch den Aufbau für das, dieses, für den Zirkus mitgeben kann, aber ich glaube, selbst Muin Cat war jetzt nicht so davon überzeugt. Das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Like da, kommentiert drunter, was ihr, wie ihr das Event findet. Also, wenn man es, es ist nicht so Nebenstadt geeignet, also in den Nebenstädten werde ich das Event weitestgehend ignorieren, ein bisschen rumdaddeln, aber nicht wirklich, also für Nebenstädte ist es nicht geeignet, aber für die Hauptstadt macht es schon ein bisschen Spaß. Ja, aber es gibt keine Wunschbrunnen als Tagespreis und naja, das, man wird schauen, man wird schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde mich freuen, wenn ihr das noch nachholen würdet. Und dann viel Spaß in der Halloween-Zeit beim Kürbisse schnitzen oder hier jetzt Kürbisse zertrampeln. So schön. Ein Freund von mir hat auch Kürbisse immer fotografiert in der Zeit und hier, guck mal, Kürbis. die Chance auf ein neues Haus außer ein Kind. Naja, müsst ihr halt sehen. Gut, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Christian.